was du gemacht hast ist eib bruder der mann ist der mann ist ein ein liebenswerter mann wala der ist ein stabiler mann bruder der ist einer der stabilsten menschen hier bruder was hast du gemacht bruder ja was hast du gemacht bruder du kannst doch nicht so über den reden ich guck mal was du über selo abi gemacht hast es ist falsch wir lieben selo abi wir lieben ihn wie einen großen bruder das das tut uns allen weh der hat kein tik tok das ist das was ich dir sagen bruder selo abi ich schwöre auf meine mutter er ist unser herz unser herz wir können das nicht ertragen wenn einer über ihn so redet er hat das auch nicht verdient ist das ist das jemand der ein russisch ist der leute abzieht oder leute sinnlos schlägt und unterdrückt alles wir sagen nix dann soll er selber damit klarkommen aber walla billa walla billa er ist robin huth hier im nrw bruder von einem guten abi von mir selo abi aus duisburg sagt nichts ist für immer nichts ist für immer